Baby-Geheimnis bei Harry und Meghan? Indizien sprechen dafür. Haben Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, ein zuckersüßes Geheimnis? Seit ihrer Traumhochzeit am vergangenen Samstag im englischen Wind soll blickt die ganze Welt auf die frisch verheirateten Turteltauben. Eine Ausnahme bildet da natürlich auch ihr erster offizieller Auftritt als Ehepaar nicht, seit der Gartenpartie anlässlich Prinz Gales, 69, nahendem 70. Geburtstag Brode die Gerüchteküche, ist schon längst schwanger? Diese drei Indizien sprechen für ein Royal Baby. Auslöser für die Nachwuchs-Diskussion, Outfit für ihren ersten Termin als Herzogin. Ihr cremefarbenes Kleid, das sie am Dienstag zur Feier ihres Schwiegervaters trug, hatte nämlich ein entscheidendes Detail, das auf eine Schwangerschaft deuten könnte, eine rundliche Naht unterhalb der Brust die typischerweise bei Umstandsmodde verwendet wird. Doch auch am Tag ihrer Hochzeit ließen sich zwei Hinweise auf ein bald wachsendes Bäuchlein finden. Nicht nur saß Brautkleid deutlich lockerer, als es die Skizzen vorgesehen hatten, auch ein besonderer Moment zwischen ihr und könnte die Schwangertheorie untermauern. Kurz nachdem ihr Bischof die Worte dieser Ehe ist der Grundstein eurer Familie ausgesprochen hatte, grinsten sich die beiden ganz verräterisch an. Aber ob der Herzog und die Herzogin von Sussex wirklich bald Eltern werden, was meint ihr? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.